verschwinde wo muss man jetzt noch mal längs nicht hier wirklich nicht hier aber warum kann die uns jetzt nicht luft beibringen konnten doch alle komme ich aber sofort wieder könnte es vor noch runter springen ritter quest mitnehmen hier auf jeden federfall lieber mal an machen immer den sprung ausprobieren hallo ich wollte den hufeisen mit nämlich denn das gift hier man da auch vergiftet das nur erfrischend habe ich gerade mit priester geguckt auch dämlich wo ist die ritter quest jetzt hier da hinten vielleicht drinnen jetzt auch nicht einfach hin deutsch experte bogen experte nur ist doch bestimmt bei den gilden oder so ähnlich ist das vielleicht da in dem häuschen da kommen wir jetzt nicht hin wir fliegen können schnell mal nachgucken wo das ist dritter quest es ist eine hütte auf einem hügel am fuß von einem noch höheren hügel also quasi erster stock da ist ein größer hügel dann müsste es bestimmt die hütte da sein das weiß ich auch immer nicht nur vom sehen her finde ich okay kann es ja auch nicht alles wissen weißt du eigentlich sonst so gut wie alles was ich mir nie im leben merken würde wie das hier für dich optisch korrekt aus hier waren wir doch auch gerade eben oder nicht wir schauen mal schnell auf der karte jetzt ohne fliegen habe ich dann noch keinen bock das so zu suchen parkade helleres haus haben wir den brunnen nicht schon mal geköstigt d2 da unten blind oder habe ich die aufgabe nicht gesehen golem quest falscher kopf schreien statuen quest harmon die aufgabe 10 sims haus parkade hat der seit aufgabe sie hört aus forest da ist der weg des lichtes ist die 5 kämpfe 2 beförderungs mission tritt aus weg des lichtes gewinne in der arena 5 kämpfe auf dem level äh man erreicht die arena und das ist ein paar karte und beide 5 ok aufgabe 5 wer bin ich blind oder ich sehe die jetzt gerade nicht 1 ausgabe 2 dann suchen wir einfach so weiter soll mich das jetzt beeindrucken die hütte war es ja nicht hier ist ein größerer berg was ist denn da oben in dem turm trenne mal gucken kommen wir da überhaupt so rauf jetzt aber wenn man sich so hin und her bewegt kann man auch noch mal ein bisschen schneller rauf das könnte auch nur ein bildung sein so was ist hier dran ein auftrag die schule der zauberei hier in bakada wüste sammeln schon lange verschiedene bemerkenswerte magische utensilien vor einigen jahren wurde der schule eine besonders interessantes stück von einem raubbande aus data gestohlen dieses stück kurz das festgewandt genannt wurde von priestern der sonne getragen wenn sie zu den jahreszeitwechsel religiöse zeremonien abhielten als repräsentant der schule der zauberei bin ich autorisiert euch für die wiederbeschaffung zu entlohnen nach unserer letzten informationen befinden sich das festgewandt in der halle der grube seht dort am besten als erstes nach aha 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 von da kommen wir gehen wir da mal ruf da kommen wir brauchen teleporter hin wir hier mal wieder runter das ist der stall da ist es nicht es ist hier vielleicht also wir hier das weißes häuschen vielleicht ist das das ist ja nur die schule der mager hier wird es ja wohl nicht sein oh und naxt du kannst die aber sagen warum kennt ihr die nicht sie doch kennen das stop karte karte ok hier ist die karte na bei schule der magier magie ok zurück das war das der teleporter tempel schule da sie hier noch mal die karte haben der nördlich davon läuft der lange hügel hier und dann da am ende das häuschen normal speed und rauf kommen jetzt wenn man so hin und her juckeln kommt man da ganz gut immer rauf anderes ende ach so aber ich bin hier schon richtig ah guck mal hier meinst du bestimmt aha so ihr wollt also erster ritter werden ha ihr und euer erster ritter wo ihr noch nicht mal turniere gewinnt wisst ihr ich kann euch nicht zum ersten ritter machen das müsst ihr schon selber tun genauso wie alles andere auch wenn ihr fünf kämpfer turniere für ritter in der arena gewinnt könnt ihr zu mir zurückkehren erst dann werde ich euch erster ritter nennen wenn ihr das unbedingt wollt noch habt ihr keine fünf kämpfer jetzt hab ich doch oder hab ich vielleicht immer zu schwer genommen dass das denn nicht zählt ich hab immer meister genommen kann das sein dass ich immer ritter nehmen muss das wäre natürlich jetzt blöd ich denke dran die turniere müssen für ritter sein da müssen wir noch mal in die arena die frage ob wir das jetzt zuerst machen also erstmal haben wir jetzt hier ab ich muss hier wieder hoch da muss ich wahrscheinlich aus aus dem kampf raus sein oder im sicheren gebiet zumindest die wird eklig ja jetzt wird sie auf jeden fall legt ich ja so müssen wir nach forest machen erst mal noch mal gehen wir jetzt die hands und machen dem markt bringt immer luft bei und schauen welcher tag heute ist montag es fängt mir so an dass ich jetzt immer sonntag genau verpasse wir machen bald auf gerade auch das wieder verpasst du er kann hier auch kein zauber kein alles auch seele soll hier guck mal luft bitte bringe mal luft bei sehr schön sehr schön sehr schön jetzt kriegen wir ihn mal die ganzen hufeisen kriegst du jetzt hat auf jeden fall würde ich sagen für den tag genug eisen gegessen das klar ein punkt noch ein punkt noch so wo sind die bücher da kannst du die vielleicht sogar schon lernen nein das wird ein problem das ist klar das kann natürlich noch nicht so luft magie experte war der nicht auch irgendwie hier irgendwie so komisch in erinnerung hätte starb lederexperte kann reparieren euer meister hier ausweichen ich habe er war oben auf dem auch im forest im stall sind zwei secret eisen bei dem stall hier in der wand hier irgendwie versteckt oder was eigentlich habe ich doch hier schon mal oder welchen stall meinst du an der rückwart links nach oben schauen ach so was so hier drin an der rückwand links nach oben schauen bin ich jetzt blind oder bin ich hier falsch die kiste ach die kiste hier ich hätte nie drauf gekommen ganz nett aber unnütz luftresistenz kann verkauft werden und nochmal hufeisen und jetzt auf nach forest das ist ja komplett unnütz dass das nicht funktioniert manchmal luft war unten auf dem fußboden irgendwo ob der ganz rechts wasserexperte mitglied in der wassermagie nein 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 luft und jetzt müssen wir den körpermeister finden körper magie großmeister großmeister nicht zu missachten hast du es gerade im kopf wo der ist das ist erkennen großmeister ist auch in den hütten jetzt irgendwo der großmeister für auf auf einer insel ok wasser wandel noch mal wasser wandel anbieten eigentlich den den bitte auf einer insel da ist eine insel mit diesen komischen baumviechern oh sorry es liegt nicht hier ok wir mussten hier ehren da wäre eh so ein teleporter haben ist zwar nur ein kratzer aber kümmere dich drum da haben wir die hier auch mal kurz weg warum lebt er denn so lange er schon weg ne warum ist jeder so eine fette brücke könnt ihr aber auch mal drauf gehen alle einer noch ne dann habe ich hier recht fix alle weg gemacht ja jo 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 so nice können sogar die fallen entschärfen hier noch jo hat sie schon wieder so viel mitgenommen ausweichen plus 1 kriegst du hier es war hier nicht der älteste baum der baum spricht sehr langsam wie geht es euch heute die bäume sind in aufruhr entzürnt das herz des waldes ist von wurzellosen gestohlen worden wurzellosen werden mit blut dafür bezahlen bis das herz zurück ist danke für die info hätten sie aber auch irgendwie noch ein bisschen größer machen können oder wem soll das denn nützen keinen platz mehr wem soll das denn nützen das hat sie aber auch gleich ein ganz gutes volles inventar wieder was haben wir gerade es geht hier so gar nix da können wir wahrscheinlich auf die brücke oben rauf moin aber müssen wir jetzt ja nicht kommen wir von hier denn ganz gut dahin nach oder eher nicht so nord oder fährt oder chef das einzige ist halt nur dass die hier echt stark sind auf den inseln ist die oberste insel da ist nix die hier okay aber auf dem weg welche ordentlich wasser wandel was mich alle in ruhe magisches auge können wir auch mal aktivieren na bisher geht sogar und ja da sind doch aber welche drauf oder ist nix oder meint die insel vielleicht schon ich wäre ja dafür dass du die meinst wem soll das denn nützen ok alchemie großmeister meditations großmeister kann sie jetzt ja auch werden körper magie großmeister sehr geil ja gut das können jetzt unsere zauber besser oder schlechter körper magie schwäche kann immer geheilt werden nice gift kann immer geheilt werden schützt auch gegen tod und vernichtung wichtig für die zentrauerin da andere heilung aha ja gut großmeister haben wir jetzt muss er hier noch mal die hufeisen aufessen fehlen aber einer ne und jetzt können wir da auch meister werden das ist doch schon mal nicht schlecht ich behaupte wo ist denn jetzt der meister das müsste ja mal notizen stehen stab dolch 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 axt axt speer speer bogen streitkolben leder rüstung platten rüstung feuer magie luft magie meister da lebt in der nördösten stadt in den elfen land von hevli da sind wir richtig da sind wir doch hier richtig mit der nördlichen gegend der stadt gehen wir einfach mal von dem häuschen hier aus da ist es nicht drinnen da oben ist es ja auch nicht drinnen da nicht da könnte es noch sein monster kunde stand doch nördlich oder stand doch nördlich da jeder rüstung großmeister platten rüstung noch ein weiter großmeister wasser luft ach ne das war der großmeister und meister ne hier meister der luftball gelebt im nordöstlichen stadt da kann hier überall sein glaube ich heißt das aber so viele zeilte haben sie hier ja nicht geister magie nein wasser magie experte nein scharfschütze starb großmeister bin ich aber gleich einmal rum ah da ist er doch schön jetzt können wir hier die bücher lernen sehr geil ich würde ja behaupten dass wir denn als nächstes mal die scharfschützen quest machen jetzt wo wir unsichtbar sein können bildet sich das doch an die allerbesten waffen dann kann sie jetzt ja auch überall großmeister werden auch in handeln überall kann es großmeister werden kommt rein wie kann ich euch helfen ich hab das jetzt gerade gar nichts mehr für dich muss leider jetzt mich einmal anmeckern alles mal erkennen dann alles hier rein das habe ich ja auch mittlerweile erkannt stehlen plus elf na toll königskrone das muss auch noch alles hier rein wie ich das gleich verkaufen kann den noch rein sind das ja das sind das alles tagebucheinträge ja ne ne das wäre fliegen brauche ich jetzt ja mittlerweile auch nicht mehr kommt rein wie kann ich euch helfen war mir ein allerbesten waffen danke bitte also Mischmachscheißladen hat er nicht ne so und ich glaube für die Scharfschützenquests mussten wir doch auch hier irgendwo hin geht in den Tempel der Bar und tötet alle Höhenpriester findet ihr den perfekten Bogen aus der Titanfestung in Evli und bringt ihn zu Lovemark in Harmondale wo ist denn jetzt die Titanfestung auf den Inseln locker oder da gehe ich mal stark von aus dass es da ist 3,2 was ist dann 3,2,3 Obelist 2 Teil der Golem Aufgabe das haben wir schon geklaut die haben wir schon gecleared 6 ist Tempel Bar D2 ist bestimmt Titanstrunghold ok bisschen Angst jetzt da an die Titan Sache rein zu gehen der Set aber mit Unsichtbarkeit noch nie mit Unsichtbarkeit rumgelaufen weiß ich gar nicht genau wie das so ist jetzt also erstmal sind da auf jeden Fall wieder Viecher und zwar die unschönen Viecher schleichen uns so ein bisschen von links hier ran dass wir hier so die beschießen können irgendwie das sind wir zu viele komm wir holen noch fix den Bogen wie fliege ich denn jetzt hoch wo fliege ich denn wo fliege ich denn wo fliege ich denn hoch jetzt wo ist nicht der ja wer war das Moin Mädels Moin Jungs Moin Jungs und wie komm ich wieder runter komm ok ok f11 hier war ich schon mal drinnen machen wir uns nämlich jetzt unsichtbar Unsichtbarkeit zack ich meine dass der boh hier irgendwo war sehen die uns jetzt einfach nicht doch wenn wir ganz ran kommen schon ok wenn wir ganz dran sind sehen die uns hier sind halt auch einfach ein paar drachen Leute das ist nicht ein bisschen krass hier machen wir mal nebenbei undercover mäßig die Map davon auf groß ist sie ja nicht ne die die Instanz hier haben wir nur die Aufgabe 8 Quest Gegenstand zu haben und den Aufgabe 8 die Aufgabe 2 1 ok wir müssen wo sind wir denn reingekommen kurz mal schauen wo wir sind wir da ok wir müssen jetzt geradeaus und hier ist der ist der Bogen richtig richtig ok wir kommen jetzt an dem vorbei ok 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 jetzt müssen wir da irgendwie ja nein kommt schon haut da jetzt geht nochmal rüber jetzt nochmal rüber und jetzt komme ich vorbei nein gleich gleich jetzt nochmal neu machen unsichtbarkeit ne geht nicht weinen denn da nähe aua 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 sie hat nur ein verlust das ist ein bisschen hinnehmbar ok ok äh kurz die wiederbeleben tote aufwecken äh kannst du jetzt kurz mal einen sauber machen den einen das dauert immer so lange ne schwäche heilen sehr schön und jetzt machen wir die was ist das denn lehmung heilen ok geteiltes leben sehr schön und jetzt kommst du da bestimmt dran an die ah die falle wird sie niemals im leben öffnen können kann ich mir nicht vorstellen aber egal wir haben es überlebt geile axt die kriegst du perfekter bogen nice axt kriegst auch du feuerresistenz zauberpunkte plus 18 kriegst du die kriegst du hier zack top ist glaube ich besser als die ne 4d2 11 und 4d3 sieht aber schöner aus so jetzt nur noch statt brutal und abhauen hier würde ich sagen wenn es jetzt geht sauber misslungen natürlich jetzt ungünstig und da kommt jemand ich weiß nicht ob ich jetzt hier noch raus kommen wieder ich glaube nicht dass wir das überleben also spätestens das 3er paket davon bringt es doch wieder um ich mal ganz stark von aus die werden uns spätestens umbringen die haben wir aber gut aufgelöst eigentlich ich bin jetzt hier vielleicht raus oh nein da sind die drachen ist halt ein drachen ist so schwer wie der drache den ich schon mal besiegt habe jetzt kommen nicht noch einen umbringen jetzt das war klar das war klar warum komme ich jetzt hier nicht weiter komm los 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 und raus lasst uns abhauen lasst uns abhauen ja wir haben verluste aber es muss manchmal wie kann ich helfen geht den pfad des licht dann knacken wir jetzt hier einfach mal acht stunden kurz und dann sind wir wieder fit spiel speichern und jetzt haben wir scharf schützen quest fertig konnten wir haben und den meine ich abgeben es misslingt der zauber die ganze zeit warum warum ist link der denn jetzt verstehe ich nicht warum ist link der jetzt die ganze zeit doch gar keinen sinn jetzt geht's schön noch die quest abgeben hier unten und ne nicht da sondern einen hoch also für scharfschätze können den bogen noch abgeben können meister werden sehr geil bogen großmeister auch gut jetzt können wir erd magie noch einen hoch machen bei ihr können wir alles machen wir können luft magie meister machen du kriegst jetzt den bogen und du kriegst den ich hab's zumindest versucht alles klar damit kann ich nicht umgehen so jetzt hat sie halt einen richtig guten bogen den will ich mal verzaubern das will ich jetzt mal üben oder was heißt üben mal testen zauber misslung zauber misslung wir können halt jetzt echt viel machen noch ne dadurch dass die jetzt die beförderungsquests hat können wir halt richtig viel machen jetzt das können wir noch mal alles verkaufen das sind die zauberpunkte welche hast du denn an eine normale krone nur oha ich glaube nämlich jetzt geht das spiel auch erst richtig los jetzt geht das spiel das richtig los wir machen den bogen haben wir erdmagie brauchen wir erstmal nicht also entschärfen müssen wir machen wir müssen erdmagie meister werden das auf jeden fall und dann auch natürlich telekinese mitnehmen das ist ja ganz klar mal wieder geschlossen haben wir noch bücher jetzt in den bücher aufbewahrt ein paar haben wir noch oder oder eine ein buch oder so ein zauberbuch ne 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 auch nicht